Servus meine lieben Freunde, zurück hier im Studierzimmer von Il-Professore MGP, dem Stimmakrobaten und wir treiben die Erforschung weiter gemeinsam voran. Ich bin jetzt gespannt, was passiert. Jetzt hat ja einer von den Vögeln mich in Anführungsstrichen umgebracht, ob ich jetzt den besiegen muss, damit sich die ganzen Dinger wieder zurückkriegen. Das war's nicht. Ich schaue mal, was passiert, wenn ich dem jetzt in den Kopf schieße. Ja, das zählt mir so komplett zu wenig ab. Aber es zählt. Es zählt als Bosskampf, also hast du dein Kram wieder. Sehr, sehr gut. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir den Hang Dang. Da, oh Gott. Okay, weg, weg, gar nicht anwesend. So, jetzt haben wir den um, komm. Zack, 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 zack. Okay, der ist schwächer als seine Kompagnon. Das wusste ich nicht. Deshalb machen wir den jetzt zuerst. Ganz einfach. So, da ist mit dem Key Scheiße. Jetzt ziehen wir die wieder ein bisschen auseinander. Komm jetzt. Ach, das ist scheiße. Jetzt kriegst du einfach nicht gescheit hin. Schade, da habe ich nicht geschafft, auszuweichen. Das ist halt Pech. Was willst du jetzt machen? Ja, super Idiot. Oh mein Gott. Das ist einfach kacke. Du konzentrierst dich auf einen und die anderen greifen nicht an. Und der Idiot hält sich zurück. Das ist doch so ein Scheißspiel. Kannst du da nichts machen. Ich weiß nicht, wie du gegen drei vorgehen sollst. Das ist für mich nicht logisch. Weil du hast mit dieser Grütze, die da jetzt auch noch diese Beschwerlichkeit da. Und dann, ja, jetzt sind sie außen. Nein, jetzt kommt die anderen Spiele zurück. Ich sehe es doch wieder. Ja, genau. Das ist so doof. Es ist so unglaublich doof. Ja, und ihr blockt alles am Anfang. Dann kommt es nicht gescheit durch. Ja, jetzt habe ich ein bisschen. Oh ja, ja, komm. Sehr, sehr gut. Scheiße, jetzt hatte ich gehofft, dass ich das kontern kann. Aber habe ich nicht. Jetzt ist aber offen gewesen. Sehr gut. Nein, nein, nein. Weg, weg, weg. Vielleicht reicht es ja, dass man den depperten Batzen da besiegt. Und dann, komm, auseinanderziehen, 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 auseinanderziehen. Kommt, kommt, kommt. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn, komm. Oh, das geht nicht, die Scheiße. Wenn diese Scheiße nach hinten geschubbt wird, dann passt das wieder nicht. Ja, komm, mach jetzt. Ja, jetzt ran. Den anderen ausweichen. Nein, jetzt kommt es wieder zusammen. Scheiße. Das geht doch nicht. Immer dieser Scheißangriff, den man aufzweigt. Diese unnötige Aufregbarkeit, gell? Das brauchst du eigentlich gar nicht. Das ist total unnötig. Das ist total unnötig. Ah. Sag voll und... Oh, mein Alter ist nicht der Grund. Ja, ein bisschen. So, jetzt haben wir noch die zwei Idioten. Den haben wir schon mal besiegt, das war sie. So, müssten wir eigentlich räuspern, aber... Oh Gott, fast. Das ist klappt, fast. Ja, in die Ecke, komm. Gott, sind die Widerstandsweg. Das glaubt doch kein Mensch. Ja, ich bin ja echt gut, aber... Das bleibt einfach Scheiße. So. Im One-on-One haben sie keine Chance. Das wissen sie auch, die Idioten. Scheißspiel. Das ist einfach nicht auf sowas ausgelegt. So ein Dreck, echt, hey. Das glaubst du nicht. Wixer. Und wieder, du Wixer. Das gibt's nicht. Das ist so scheiße, hey. Und ich bin auch so ein Blödkopf, der sich noch nicht super drüber aufregen kann. Hier sind wieder die andere Wixer da und ich schaff's gar nicht. Kein Treffer reinzubringen. Weil, Leute, doch blockt der Wixer. Scheiße. Ich schaff's nicht. Ich bin einfach zu dumm. Jawohl. Bleib doch so dumm, du dumme Kuh. Okay, ganz ruhig bleiben. Das gibt's nicht. Ich bin so dumm. Jawohl, sehr geil. Hopp. Na, jetzt kommt wieder die Verkaufsweich-Aktion. Ich glaub's nicht, hey. Könnt man sowas schaffen. Jetzt könnte man's schaffen. Genau so. Und jetzt rein, komm. Jawohl, sehr, sehr geil. Also jetzt noch scheitern, die haben wir verprügelt. Jetzt rein, komm. Geblitzt, sehr gut. Und jawohl, gekontert. Ah, jetzt bin ich aber voll in der Zone drin, oder? Jawohl, da haben wir ihn. Geil. So ein Scheiß-Spieler, ey. Aber brauchst's g'schockt. Meine Güte, hey. Drei so Viecher. Das ist so assig. Okay, dann redest du mit dem Letzten. Ich hab jetzt denkt, vielleicht redest du immer mit dem anderen Vogel, aber... Schau mal, vielleicht geht's ja mit allen. Ja, es geht mit allen. Wen nehmen wir denn dann? Ja, schon den Letzten, wo wir hatten, gell? Der hat's... Der hat's verdient, dass er die letzten Worte haben kann. Selbst gemeinsam konnten wir Diener der Familie Suh und euch nicht besiegen. Jetzt verstehe ich, warum General Suh und der junge Meister euch so sehr schätzen. Oh, ist das grusig, hey. Du hast die folgenden Belohnungen erhalten. Rang 6, Stahl mal 3. Shan Yui, Kopfstück mal 1. Shan Yui, Weste mal 1. Gelb-schultrige Armbrust mal 1. Meine Güte, kehre zu dem aktuellen Hauptstadtfeld zurück. Ja, natürlich. Das verborgene Dorf machen wir irgendwann nochmal. Auch nochmal. Dasselbe schon Nahblödsinn, andere Nahblödsinn. Hier, aktuell Hauptstadtfeld. So. Festung Mai Wu. Fu-Feng-Kommandantur Provinz Sili. Dies ist eine mächtige Festung, die Dong-Zuo im Bezirk Mai errichten ließ. 250 Meilen westlich von Chang'an. Dong-Zuo brachte im Jahre 192 AD seinen Clan hierher, nachdem er Lu Yang gebrannt schatzt und Chang'an zur neuen Hauptstadt ernannt hatte. Mit über 20 Meter hohen und breiten Mauern zu einem prächtigen Palast im Inneren wird sie Festung unbezwingbar genannt und kann sich sogar mit der Pracht von Chang'an messen. In ihren Lagern liegt genug Militärausrüstung für die nächsten 30 Jahre, so wie die in Lu Yang und Chang'an geraubten kaiserlichen Schätze und Dong-Zu's wertvolles Elixier. Ja. Gefühlt ist diese ganze chinesische Mythologie mit den Orten und so weiter einfach nicht so meins zum Lesen. Punkt. Das bleibt festzuhalten. Oder die anderen Projekte laugen mich so sehr aus, dass ich das nicht mehr gescheit performen kann. Das könnte es natürlich auch sein. So, jetzt haben wir natürlich schon wieder, mega geil, 39.000. Das heißt, wir haben wirklich immer Fäden, die wir besiegt haben, gut was bekommen. Sehr, sehr geil. So, ich sollte mich mal wieder mit dem Käse hier auseinandersetzen, weil bei Holzphase könnte es jetzt schon das eine oder andere geben, was cool ist. Na, hab ich das schon? Beschwört Dorn aus dem Boden, die ein Teil des Schadens der Gegnern zugefügt wird. Absorbieren deine Gesundheit, so die deiner Verbündeten wiederherstellen. Ja, zischen die einmal so aus dem Boden, oder was? Ja, das habe ich offensichtlich schon gelernt, oder? Hey, blick's nicht. Warum blick ich das jetzt nicht? Ja, doch, die habe ich schon gelernt und habe es aber nicht ausgerüstet, glaube ich. Ich bin auch bei der Gottesbestien. Ja, die blöde Gottesbestien, sage ich, es nutze ja eh nicht, weil ich volltrottelt bin und es nicht mehr reinigen. Gewerte empführen. Okay. Keine Ahnung. Gefühlt werde ich dem Spiel nicht gerecht. Nicht gefühlt, das ist definitiv so. Einfach, weil es nötig wäre, sich so sehr reinzubeißen in diese ganzen Geschichten wie Zauber und sonst was, was ich halt leider nicht mache. Und dadurch wird es ein bisschen blöd. Immer noch nicht weiß ich, wie man hier in diesen Bereich kommt. Hier, wo ist der Sturz des korrupten EU und hier war es, glaube ich, gell? Keine Ahnung, das Projekt interessiert halt wirklich überhaupt keinen Arsch. Deshalb kriege ich auch null Feedback und ich würde mir behaupten, selbst wenn wir ein, zwei Aufrufe sind, wir sind die wahrscheinlich nach ein, zwei Minuten wieder draußen. Deshalb brauche ich mich nicht wundern, dass da nichts kommt. Es kommt halt, wie es kommt, gell? Und hier sind wir jetzt drinnen, aber gefühlt ist das auch nicht. Also irgendwas, irgendwas fehlt mir. Vielleicht ist es die Art, wie ich spüle. Vielleicht ist es aber einfach, dass irgendwas im Vergleich zu einem Nioh 2 nicht so da ist. Ich weiß es nicht. Kann es auch nicht sagen. Liegt wahrscheinlich an mir. Liegt wahrscheinlich an mir. Ja gut, wenn es jetzt so ist, dann haben wir halt das letzte Bankett des Drachen. Äh, das... Komm, mach jetzt. Das letzte Bankett des Tyrannen. So, jetzt steht es da. Keine Ahnung. Ähm, wir bleiben jetzt natürlich erst einmal hier drinnen. Ah, jetzt sind weltbewegend. Komm mit dem Vogel, mit dem Batzel. Da schwätzt man nochmal kurz. Könnte hoch. Na, gibt's nicht so auf. Ich kam mit Hongying her, als wir nach dem Elixier suchten. Ich weiß nicht, was ihr Plan war, aber sie hat das Lager allein betreten. Na, sie hat getanzt. Ich möchte, dass sie hineinschleicht, sie findet und zurückbringt. Naja, vielleicht hat sich ein Feind verbündet. Das Tor ist schwer bewacht, aber es gibt glücklicherweise einen anderen Weg. Mit Warenki könnt ihr Efeu rasch zu einer Leiter heranwachsen lassen. Hehehe. Ich werde einen anderen Zugang suchen. Also tut alles in eurer Macht, um Hongying zu finden. Nach dem Motto, sie ist reingegangen, um ihn zu unterlaufen, hat sich aber heimlich dann irgendwie doch mit der Macht eingelassen. Sich gleichzeitig noch hinverliebt, was weiß ich. Und jetzt haben wir auf einmal andere Gegnerinnen. Wer weiß, wer weiß. Haben wir schon mal ein schönes Short gehabt, wo wir uns den Spaß gemacht haben. Worked everyone. Das war angelegt an diesen Christian Cage Turn letztes Jahr. Und hat einfach lustig gepasst an die ganzen verschiedenen Frauen. Eigentlich habe ich es bezogen auf die Madame Suho. Ach, keine Ahnung, wie die heißt. Wie gesagt, ich habe überhaupt gar keinen Bezug zu den Figuren hier. Es gibt die Hongying und den hier, wo man sagt, da weiß ich sofort wieder, welche Art ich da mit dabei war. Aber bei den anderen, da fehlt es einfach komplett. Also das ist... So ein Schieren war auch noch so einer, wo es noch irgendwie passt, weil lang begleitet. Aber wie gesagt, ich spüle es auch zu selten. Und ich muss mir was überlegen, glaube ich. Und dann werde ich auf jeden Fall ab sofort, egal wie mich entscheidet, was ich hätte, was ich machen will, wie es angeht, das Projekt. Werde ich nicht mehr darüber reden und nicht mehr so lamentieren und faseln und so. Oder Blätschen, das passt zwar komplett zu mir, wie ich eigentlich bin. Ich bin viel rumgefaselt. Aber ich versuche es dann hier zu unterbinden. Jetzt holen wir uns hier aus. Gehen wir aus, sie verabschieden uns. BIRTY! 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 BIRTY!